Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge Wissen2Go hier EA Sports PGA Tour Road to the Masters bei mir auf dem Kanal Wissen2Go ja aus dem Grund weil ich habe eure Kommentare gelesen und wer ja die letzten Folgen bei mir verfolgt hat und die Amateur Championship mitverfolgt hat da habe ich am Anfang der dritten Runde kurz erwähnt dass ich jetzt mit Backspin spielen werde und was ich die ersten zwei Runden nicht gemacht habe das hat dann zu gewissen Reaktionen hier in den Kommentaren geführt dass man zum Beispiel gar nicht wusste dass das geht oder dass man das ich sag mal in Anführungszeichen ja nicht so gut findet weil es eigentlich unlogisch ist und da gebe ich euch auch recht ich möchte jetzt in dieser Folge ein bisschen erzählen wie das Konze funktioniert B warum man das überhaupt machen kann in dem Spiel und dann am Ende des Videos auch noch mal ein bisschen ich sag mal aufs echte Golf wie das richtige Golfer oder Profi Golfer eben spielen diesen Backspin und was das natürlich auch ein bisschen für Konsequenzen hat wie man sowas dann in einem Spiel den umsetzt denn so leicht ist das eigentlich gar nicht so und deswegen will ich heute auch wieder eine neue Folge machen Wissen2Go und das Thema ist eben der Backspin also dazu muss man ja wissen dass wir eigentlich immer Spin haben mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger das ist ja zum Beispiel abhängig vom Schläger mit dem Driver der halt einfach einen flacheren Schläger Kopf hat beziehungsweise Schlagfläche so circa 10,5 9,5 Grad Loft hat kriegt man natürlich nicht so viel Backspin drauf wie mit einem 56 oder 60er Wedge das sind natürlich ganz andere Schläger da haben wir natürlich dann viel viel mehr Backspin und diesen Backspin eben zu steuern ich werde da zukünftig eigentlich auch nur also wenn ich von Spin rede werde ich im wesentlich heute nur vom Backspin reden nicht von seitwärts bin das ist ja Thema einer anderen Folge gewesen diesen zu steuern da gibt es dann eben ich sag mal verschiedene Möglichkeiten und das Ganze hat eben auch ein bisschen was mit eurem Level vom Spieler zu tun so ich blende euch mal hier ganz kurz die ja weil das ganze hat natürlich auch was mit dem Gameplay mit dem Gameplay Modus zu tun wir haben ja vier Stück Arcade Pro Tour und Simulation und worum es eigentlich geht ist dieser diese Zeile Spin Control damit ist eben gemeint dass wenn wir solange sich der Ball in der Luft befindet wir die Option haben durch gewisse Tasten Steuerung Spin beziehungsweise nicht Spin drauf zu kriegen sondern den Spin zu steuern und das kann sowohl die Richtung als eben auch die Stärke sein und der Spin der eben auf dem Ball ist ist natürlich abhängig von dem Schläger und von dem Schlag also von dem Shot Type den wir verwenden weil es gibt natürlich Schläge mit denen man mehr Spin drauf kriegt und Schläge mit denen wir weniger der Spin drauf kriegt aber entscheidend ist ihr könnt natürlich prinzipiell einstellen ob er mit dieser Funktion arbeiten wollt oder ob er nicht mit dieser Funktion arbeiten wollt und das ist eben diese Zeile Spin Control die in Arcade und Pro eingeschaltet ist aber in den Modis Tour und Simulation ausgeschaltet ist so und was das jetzt genau ist und wie das funktioniert wie man das macht das sehen wir uns am besten natürlich wieder mal in den Challenges an und gehen dazu in die Coaching Academy und ich glaube gleich hier bei PGA Coaching da haben wir bei den Basics unter Approach Shot da kann ich euch das mal zeigen wie das ganze funktioniert und zwar an einem Par 4 machen wir einen Annäherungsschlag und zwar mit einem Pitching Wedge so das ist jetzt schon mal ein Schläger der vom Loft ich glaube so um die 48 rum liegt 46 48 liegt mit dem kann man schon Spin gut erzeugen und das ganze so als bin ich mir nicht ganz sicher sind wir hier wirklich auf der richtigen Bahn ja hier haben sogar das sechste das 54er Wedge wunderbar das passt noch besser denn wichtig ist natürlich der Loft mit dem 54er kriegen wir also deutlich mehr Backspin Spin auf den Ball und die Kunst ist es ja eigentlich jetzt diesen Spin zu steuern denn manchmal wollen wir Spin und manchmal wollen wir keinen Spin so hier in dem Fall ist es ja jetzt so die Fahne steckt hinten im Grün und hier würde eigentlich Backspin nicht viel bringen wenn jetzt die Fahne vorne stecken würde und wir haben zum Beispiel eine False Front dann würden wir gerne den Ball ich sag mal so fünf sechs Meter hinter den Stock spielen und dann eben mit dem Backspin versuchen dass der Ball beißt so nennen wir das und er dann praktisch zurückläuft zum Stock natürlich muss man das so steuern dass er entweder dass er natürlich nicht zu viel zurückläuft weil sonst läuft er uns trotzdem vom Grün runter oder wenn es eben zu wenig ist oder gar nicht dann bleibt er natürlich die sechs Meter weg vom Stock so hier in dem Fall würde man jetzt eigentlich versuchen ich sag mal den Ball zum liegen zu bringen deswegen würde man jetzt hier eben ich sag's jetzt einfach mal den mittleren Spin wenn wir fast wenn wir wenig Backspin haben wird er ausrollen dann wird er aufkommen und noch ein bisschen rollen wenn wir den mittleren Spin versuchen zu spielen dann versuchen wir dadurch den Ball eben zum liegen zu bringen dort wo er aufkommt soll er sofort liegen bleiben und wenn wir natürlich mit viel Backspin arbeiten dann soll er sogar zu uns zurückkommen so und jetzt ist es ja nicht nur so dass man diesen Backspin in Anführungszeichen also dass man diesen Spin nicht nur dass er zurückkommt einstellen kann sondern man kann es auch da bin ich aber echt jetzt überfragt aber man sieht es tatsächlich auch wenn man die Profis sieht ich vermute dass es aber dann auch ein Stück weit damit zu tun hat wie eben das Grün auch beschaffen ist dass man tatsächlich auch einen gewissen ja dass der Ball seitwärts rollt okay wovon rede ich jetzt wir werden jetzt einfach mal folgendes machen ich werde jetzt hier einfach mal den Ball hier ganz normal schlagen und dann schauen wir uns mal an was passiert ohne dass ich also jetzt in irgendeiner Form speziell eingreife seht ihr rechts dreht sich der Ball und der Ball hat etwas Backspin so das heißt er rollt uns ein bisschen zurück vielleicht auch deswegen weil das Grün ein kleines bisschen abfällt aber im Endeffekt haben wir gesehen dass er uns etwas zurückgerollt ist so jetzt machen wir folgendes und jetzt muss man ein bisschen aufpassen bei mir ist das irgendwie ein bisschen falsch angezeigt wenn der Ball in der Luft ist seht ihr dann auf der linken Seite unten dass sich die Steuerung ändert und bei mir ist es eben die Richtung mache ich mit dem rechten Stick und die Stärke des Spins mache ich dann eben mit der L1 Taste hier bei mir an der PS5 mit dem Controller es wird merkwürdigerweise irgendwie ein bisschen anders angezeigt aber wie gesagt so funktioniert es und ihr achtet bitte einfach mal auf der rechten Seite auf den Ball was passiert weil über dem Ball gibt es dann auch einen blauen Balken und der zeigt eben an wie stark ich den Spin beeinflusse ich werde jetzt versuchen ja ich sag mal den Ball keinen Spin groß mitzugeben oder den Spin zu reduzieren damit er eben nicht so zurückrollt so und dazu drücke ich den Stick nach vorne und drücke wie wild so und jetzt seht ihr dass der Ball im Prinzip in dem Fall liegen bleibt ist natürlich der Punkt weil wir auch mit einer Wedge schlagen und mit dem ist es sowieso schon relativ schwer weil der Ball automatisch viel Spin von Haus aus bekommt dass der Ball eigentlich nach vorne rollt aber dadurch dass ich den Spin reduziere bringe ich den Ball praktisch zum liegen jetzt machen wir die nächste Geschichte jetzt versuche ich den Spin in die andere Richtung zu spielen so dass er richtig zurückrollt so ihr seht der Pfeil geht nach unten ich habe den Maximum Spin und jetzt müsste der richtig flott zurückkommen und jetzt habt ihr also richtig starken Spin auf dem Ball dass er sogar vom Grün runterrollt so und das Ganze können wir sogar auch seitwärts machen ich schlage wieder den Ball so das war jetzt nicht ganz viel und ich drücke jetzt nach links so und ihr seht dass er sogar ein bisschen nach links rüber läuft jetzt müsste man natürlich auch nach vorne links drücken damit er praktisch richtig 90 Grad nach links läuft das versuchen wir jetzt mal mit rechts und wir werden auch ein bisschen mehr Gas geben so nach rechts vorne ihr seht es der Pfeil so und jetzt müsste er sich sogar ja fast um 90 Grad nach rechts bewegen also mit dieser Funktion habt ihr die Möglichkeit den Ball solange es sich in der Luft befindet den Spin zu beeinflussen so ob ihr das jetzt machen wollt oder nicht das ist ja so wie immer in dem Spiel ist natürlich abhängig ein bisschen von der Leistungsfähigkeit und natürlich halt wie ihr es einstellt so jetzt haben wir sozusagen ein bisschen die Technik und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz darauf kommen was natürlich auch wichtig ist für diese Spin Geschichte das ist natürlich euer Skill so jetzt müssen wir nämlich wieder zurück weil das sind natürlich auch zwei Punkte und das darf man nicht vergessen wenn wir also jetzt hier zum Beispiel auf den Golfer gehen dann haben wir ja überall dieses Control so und wenn man eben auf dieses Control geht dann steht ja auch hier dass je höher dieser Control Wert ist desto mehr erhöhtes den Natural Spin das soll also heißen wenn dieser Balken relativ niedrig ist dann habt ihr eigentlich nicht den normalen Spin wenn ihr jetzt also theoretisch ohne den Spin Control spielt und ihr habt hier einen großen Approach Wert dann soll das vermutlich heißen dass wenn ihr dann wie ich jetzt das 54er schlagt ihr dann einen höheren oder mehr Backspin habt ohne dass ihr da etwas verändert also wir hatten ja jetzt ich habe jetzt ihr seht ja wo ich hier stehe vom Level her und mit dem 54er habe ich geschlagen habe nichts gemacht dann ist er so circa 2-3 Meter zurückgekommen ja so ungefähr und höchstwahrscheinlich würde er mit einem höheren Control Wert würde der Ball mehr zurückkommen aufgrund wie es hier steht des Shot Types weil wir haben ja gewisse Schläge wir schauen mal Augenblick so weil wir haben ja genau Knockdown Finesse weil hier haben wir zum Beispiel diesen Finesse Schlag wo hier steht steht but has less Spin and more Roll das heißt mit dem Schlag wenn ihr den auswählt dann habt ihr sowieso von Haus aus schon mal weniger Spin als wenn ihr den normalen Schlag macht so jetzt gibt es natürlich lass mich mal kurz bei Short Game ist das glaube ich da haben wir zum Beispiel den Spinner so und wenn wir uns den Spinner anschauen okay hier haben wir den Spinner weil hier haben wir more Spin das heißt wenn ihr den Schlag einsetzt dann bekommt ihr mehr Spin auf den Ball und er wird also mehr bremsen also das heißt ihr verändert auch eure Möglichkeiten des Backspins indem ihr hier die Control Werte entsprechend erhöht erhöht und das gleiche haben wir ja auch so wenn wir hier ja unsere Specs anschauen das macht natürlich dann Sinn wenn man hier zum Beispiel ja schauen wir mal haben wir ein Eisen ist ja egal hier haben wir ja so und auch hier habt ihr ja einen Control Wert und wenn ihr natürlich beim Eisen auch diesen Wert oder speziell auch bei den Radges erhöht dann werdet ihr höchstwahrscheinlich hier auch mehr Spin haben als wenn dieser Wert geringer ist also das heißt im Endeffekt entweder schaltet ihr diesen Spin Control aus dann müsst ihr wirklich darauf achten mit welchem Schläger ihr spielt und mit welchem Shot Type ihr spielt weil dann wird sich entsprechend auch eben der Spin verhalten und je höher diese Control Werte sind desto mehr wird der Ball auch mehr Backspin entwickeln und ich sage mal realistischer dann auch Rollen ja ansonsten könnt ihr das halt eben steuern oder versuchen zu steuern mit dieser Geschichte hier die halt eben heißt Spin Control und die könnt ihr im Gameplay Mode eben einstellen so jetzt kommen wir natürlich ein bisschen zu dem Thema und das ist ja wie erzeugt man denn nun wirklich Spin und Spin also im richtigen Golf zu erzielen also vor allen Dingen Backspin und es geht ja nicht darum den Backspin zu erzeugen sondern ihn zu kontrollieren das ist ja das Entscheidende das ist die hohe Kunst dieser Geschichte und Backspins richtig zu steuern dass man sagt okay ich spiele den Ball fünf Meter hinter den Stock und ziehe den mit dem Backspin so ran dass der dann wirklich am Stock liegen bleibt das ist die hohe Kunst und da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle erstens mal kann ich nur Spin erzeugen mit einem Schläger der viel Loft hat also ich kann natürlich nicht mit dem Eisen 4 oder mit einem Holz Spin also wie gesagt Backspin einen hohen Backspin Wert erzielen das geht einfach schon nicht weil einfach der Schläger vom Luft her flacher ist ja das macht man halt eben mit Wedges und vor allen Dingen natürlich mit Wedges mit viel mit viel Loft dann kommt natürlich dazu dass man den Schlag auch entsprechend ausführen muss ja und das heißt um Spin auf dem Ball zu kriegen muss man wirklich richtig den Ball mit der Kante von oben treffen und dann in die Erde kommen und das sieht man eben immer wenn dann so große Grasenstücke aus dem Boden aus der Erde geschlagen werden dann ist man richtig von oben drauf gekommen und in die Erde und das deutet immer darauf hin dass der Ball viel Spin bekommen hat und dafür braucht man eben wieder Schläger die natürlich mit denen man steil an den Ball herankommen kann weil sie eben auch einen kürzeren Schaft haben natürlich spielt auch in gewisser Rolle der Ball selber eine Rolle es gibt natürlich auch unterschiedlich beschaffene Bälle es gibt härtere Bälle weichere Bälle und meines Wissens sind eben die weicheren Bälle hier einfacher zu spinnen aber nagelt mich da jetzt nicht fest auf jeden Fall diese Spin Control oder die Spin Rate hier spielt natürlich die Ball Beschaffenheit die Art des Balles ob es ein 3 oder 4 Piece Ball ist natürlich auch eine Rolle und dann natürlich auch die Umgebung es ist klar ich kriege eigentlich nur aus dem Fairway richtig Spin auf den Ball habe ich den Ball liegen im Raff oder im Semiraff im Second Cut dann wird es natürlich schon schwierig weil man eben Gras zwischen Schlagfläche und Ball bekommt und dann spinnt der Ball weniger wird natürlich mehr dann rollen und natürlich spielt das Grün selber auch eine Rolle die Beschaffenheit des Grüns ob es weich oder hart ist nämlich dass dann der Ball auch wirklich beißen kann und dann auch wirklich der Ball nicht nur spinnt sondern auch diesen Spin diese Gegenbewegung dann auch wirklich zum Bremsen oder zur Gegenrotation dass er also zurückrollt dass er das auch umsetzen kann spielt natürlich die Reibung zwischen Ball und Grün auch eine große große Rolle und ich betone nochmal diese Backspin Geschichte gehört wirklich zur ganz ganz hohen Kunst des Golfspielens dem Ball einen seitwärts Spin zu geben wie eben einen Draw einen Fade ist also um einiges will ich sagen leichter zu erlernen und zu spielen als eben wirklich einen Ball mit richtig viel Backspin denn was ich jetzt noch vergessen habe ist natürlich die Schläger Kopfgeschwindigkeit die braucht man nämlich dann auch um Backspin zu erzeugen hohe Backspin Raten das heißt man muss natürlich schon mit einer sehr hohen Schläger Kopfgeschwindigkeit dann auch an den Ball kommen so das wollte ich euch heute einfach mal mitgeben zum Thema Backspin wie wir das hier in diesem Spiel spielen was Backspin jetzt eigentlich bedeutet und wie wir den eben hier steuern können und wie ich vorhin schon gesagt habe und auch gezeigt habe ist es natürlich immer abhängig auch von der Situation ob ihr mit Backspin spielen wollt oder eben nicht ich darf nur mal kurz wiederholen also wenn ihr zum Beispiel die Fahne kurz gesteckt ist dann habt ihr natürlich die Option dass ihr den Ball nach hinten spielen könnt und dann mit dem Backspin ziehen steckt natürlich die Fahne tief hinten dann macht es eigentlich keinen Sinn mit einem Backspin zu spielen und dann muss man eben auch aufpassen dass man keinen Backspin spielt weil sonst der Ball eben wegläuft okay das war es eigentlich für die heutige Folge ich hoffe ich habe euch mal wieder ein bisschen was zeigen dürfen aus der Rubrik Zuschauer Fragen Wissen to Go für EA Sports PGA Tour und wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt dann gerne bitte in die Kommentare ich würde mich sehr freuen und wenn euch das Ganze ein bisschen geholfen hat für euer Spiel und natürlich auch für das Verständnis wie Golf funktioniert dann würde ich mich auch über ein Abo freuen denn dann heißt es dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen hier bei mir auf dem Kanal und ich darf mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken und wir sehen uns demnächst wieder zu einer nächsten oder zu einer neuen Runde hier in EA Sports PGA Tour Road to the Masters und wünsche euch allen bis dahin ein schönes Spiel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder